happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag und herzlich willkommen bei wert.de gamble ich spiele heute mecharena heute ist montag und ich wollte eigentlich war erst überlegen ob ich mir ein neues neuen hungerstorm stelle aber ich muss noch hier so viel kills machen mit denen und mit den lanza für die zielraketen dabei auch noch über 1000 kills also es dauert noch strahl 210 millionen schaden muss ich gemacht haben slim shirt ist der hier unterstützung 900 das dauert noch ich bin bestimmt noch über ein monat dran und hier habe ich raketen obwohl vielleicht schafft das noch diesen monat ich schaue mir gleich mal an was für quest ich hier habe ob ich was besondere spielen muss oder nicht kontrollpunkt okay ich bin kontrollpunkt okay ich muss sie mal als erster den zentralen punkt einnehmen das heißt ich brauch den schnellsten den ich habe das ist mein slimshot oder killshut aber den hab ich ja nicht mit den killshut da ist ein slimshot und dann muss ich einfach durchflitzen hier erobert okay ich habe zumindest meine quest ein teil von meiner quest schon mal fertig ich habe es ich habe es das sieht ja eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus würde ich sagen ok 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 Mist naja wir sind schon mal bei 16 das jetzt zu halten müsste jetzt eigentlich schnell gehen na schnell leicht leicht sein nicht abgehalten Ist durch mein Tank in der Mitte Ach geil, ist auch AFK bei denen Ah ne, doch nicht Jawohl, Sieg Das war die erste Runde Super Schau mal Wie die Bewertung ist Zwei Gottmedaillen Nice Schon meine eigene Quest fertig Und die Bewertung Wie sieht die aus Ah, ich war nur der 2 Beste Aber immerhin Ich glaube Sieben Vier Kills Sieben Drei Unterstützungen Ich glaube Der war auch besser Also war ich der 3 Beste Also dann Let's go Nächste Runde Lassen wir das krachen Ich habe gerade vergessen Start zu drücken für Aufnahme So, jetzt will ich ganz schnell durchflitzen Das ist schon mal die Klappe Das ist schon mal die Klappe Jetzt ich glaube Das ist schon mal die Klappe Es ist auch nicht das ist und ich habe das Schreiber Ich bin gestand. Okay. Das wird nichts, das wird nichts. Oh, ich lieb das. Okay, der ist weg. Uuuuuh. Nee, 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 nee. So, jetzt muss ich den hier nehmen. Okay. Okay. Das ist weg. so gut wie ich gerade gewann habe, so gut habe ich jetzt nicht verloren, naja, was solls, was solls, was solls, ist denn nur ein spiel dritter, zweiter, wie ist die Gesamtbewertung 4-1 oh, ich fahre wieder der drittbeste mit denen hier gut, let's go, nächste Runde, die wird jetzt aber viel besser und die nächste Runde, bei der Runde hatte ich von Glück gehabt, mit der Mitte einnehmen vielleicht ich das jetzt hier auch wieder ok, ich habe die Mitte eingenommen, den ersten Kill und alles gut, passiert ah, Mist eine Sekunde zu spät hui äh, ich fahr doch viel weiter weg meinst du mal, finde ich das Spiel ein bisschen komisch mit ich mich Und wieder gewonnen. das war aber wirklich 3 schnelle Runden supi das heißt ich habe 3 mal gespielt, 2 mal gewonnen insgesamt 4 goldmedaillen, 2 brauche ich ja nur am Tag also es ist ok es geht besser aber es ist ok ok jetzt war ich auch der zweitbeste würde ich sagen der hat insgesamt 6 ich habe da ungefähr 8 supi dann würde ich mal sagen das war es für heute, ich sage danke für das Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr aber nichts darüber seid bis dahin mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen ciao ciao bis dahin